Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Golf in Menchigo, Danish Camps und Liquid. Hallo! Das soll Hollywood möglich sein hier? Und die Map heißt Finde den kürzesten Weg. Also sie ist nicht Hollywood möglich, aber sie heißt Finde den kürzesten Weg. Jawohl! Es wird wahrscheinlich immer unterschiedliche Möglichkeiten geben, eine Bahn zu beenden. Und das eine ist ja sehr offensichtlich. Ich werde den anderen Weg nehmen. Ihr habt nicht den kürzesten Weg. Und tschüss! Ja! Glänzend und glatt, es ist Eis. Korrekt. Was habe ich denn da hinten? Nein! Stopp! Stehen bleiben! Ich glaube, ich habe nicht den kürzesten Weg. Ich habe immer einen hastigen Weg. So. Ich glaube, ihr habt den kürzesten Weg. Ja. Ich bin jetzt sogar noch... Oh, freiner! Erster! Mein Ding ist sogar noch richtig beschissen. Ich muss durch den Looping durch und dann direkt über die Rampe, sonst geht es nicht. Mhm. Außer ich mache hier so einen Trick. Ah, schade. Oh, noch! Ich bin dran. Aber ich habe richtig viel gebraucht. Okay, ich auch. Nein! Oh, Craps! Falsche! Nein! Oh, Craps! Da geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter. Oh, nice! Oh, oh! Ich bin da auch immer liegen geblieben. Ich bin auf die Kante gelockt. Okay, wann ist der kürzeste Weg? War beste. Aber immer noch schneller als ich! Oh! Oh! Da musst du die Regeln ausnehmen. Ich bin aber nicht am Weg. Oh! Doch! Das ist ja so viel cooler aus. Der spektakuläre Weg. Ach, hier geht es direkt weiter? Okay. Ja, ja. Oh! Ich mag da zwischen den Holz klöpfen! Läuft bei dir! Uh! Daneben! Oh! Scheiße! Möglichst gerade? Interessant! 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 Pau! Oh! 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 Craps noch das Eis kaputt! Oh! Oh! Schade! Oh! Oh! Mein Glas schon wieder! Ich will das mal wegstellen! Oh nein! Wie ärgerlich! Jedes Mal weg! Wow! Das ist gerade hoch, Craps. Sonst geht's los und nicht gerade. Ja, das habe ich vorhin schon mal gemacht. Ziemlich stark. Und dann bin ich wieder gerade runter einfach. Oh! Oh! Sie ist ganz stark! Oh! Und jetzt liegt sie kacke! Ne geht nicht. Wir sind dann noch besser. Hallo Datoch! Na, was geht da weiter? Wir sind richtig zwei starke Profis, ne? Ja, ja! Datoch war gut, er war zu schwach! Der war zu schwach! Im Gap war es zu stark! Oh! 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 Oh mein Gott! ja 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 nein das war's fast mehr schwung jetzt ist jetzt was ernst sehr schön und jetzt einfach schmackes geradeaus mit schmackes mit oh das war knapp nice nice die musik triggert mich durch die kurve ne nehmt die kurve mit ja das ist so schock 28 finde erstmal das ziel ah da ok hab ihn also was du hast einen weg gefunden weiß noch nicht wie ich das mache nur nicht ich lege erstmal gegen die ja ok man könnte ich glaube der war gut das sah so gut aus könnte auch ich glaube ich nehme den hier das war oh gott wow das war peinlich in Ordnung hat keiner gesehen das ist schwierig da rauf zu tun glaube ich musst du ein bisschen rumlacken ne du musst da nicht hinschlagen das war eine Eisfläche oder hier so macht man das einfach ach jetzt mal ha 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 nein ich bin runtergefangen aber so macht man so macht man das war ja stimmt es ist sogar der kürzeste weg der wäre glaube ich sogar hole in one möglich ich bin drin warte mal du bist wieder raus ok ne nein in dem loch ist wasser ja aber das geht trotzdem nein nein ich war in dem loch gewesen aber du bist ja rausgehüpft es ist das falsche loch du musst drin liegen bleiben nein das ist das falsche loch also ich sag dir es geht ich bin drin ich lieg immer noch drin ich lieg immer noch drin ich hab's geschafft du musst drin liegen ich muss mich zurücksetzen ich hab hier ein endlos ja crap 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 nicht wieder raus sitzen jawohl ja ne ich werde wieder zurückgesetzt das ist einfach nur Pech es geht aber ich hab nur mehr das ist halt Pech aber wir haben Palmen im Schnee Freunde Palmen im Schnee das linke das Problem ist das Wasser ist da halt sehr hoch und kommt halt drauf an das meine ich ja mit der Tickrade das ist halt nur 20 tick und das ist schon hoch aber aber du hast den kürzesten Weg gewonnen ja super schlägt noch jemand außer mir na eh doch doch nicht mehr zu machen ich hab den Kollegen wo du dann starten ja du machst das jetzt ich war das erste ja du machst das jetzt ja du machst das jetzt doch mal drei Schläge war ich schon drin ja kann ja jeder jetzt ja echt brauchst du gar nicht ich hab schon mal aufs Scoreboard ey kann ja jeder sagen was er da dritten war jetzt ok jetzt aber ja das spielt keine Rolle jetzt bleibst du aber da komm mal jetzt kannst du ganz aufpassen was oh nein das muss ich zensieren Mann das Spiel hat dich da nicht gesehen das Spiel hat das nicht so gesehen wie du bist du drin wo bist du denn ich färste er ist links immer noch versuch versuch rechts gegen diese Wand siehst du die Rampe da ne ja sieh schmil dagegen dass du nach links auf die Bahn hüpfst ja genau ja ein bisschen doller ne nein ah schade ich bin in den kürzesten Mixed Crips ja hab ich ich hab's am Anfang komm versuch's jetzt noch jetzt geht das er hat den kürzesten gefunden aber nicht den schnellsten yo oh scheiße ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's hinter da doch welcher Hobbyart fick mach hier nicht gemerkt ja die Bahn ist schon gut also die haben sie schon mal toll gebaut aber das ist halt das mit dem Wasser ist immer problematisch weil manchmal ist das auch nicht da oh oh nein ganz locker jetzt da auf die Bahn spielen zack jawoll da war der da nein das ist denn easy haste nicht oh er hat mich wieder zu du solltest vielleicht ja vielleicht soll ich die Bahn und will ich suchen vielleicht ist der Search schon aufgebraucht da das kann nur der erste nutzen ja ich hab's ja es verbraucht ähm ah fast oh 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 ist eh zu spät oder ja ne geht nicht mh alter ich war schon drin vor euch ihr Säcke nicht den längsten Weg öh oben auf der Kante einmal aufgetippt und dann wieder runter ah schön 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 ok das war blöd ich liege oben willst du mich verarschen wieso war ich zurückgesetzt ja hör nicht auf zu wollen ich liege immer noch auf der Kante ich werde immer zurückgesetzt deswegen oh fuck der Schlag war von dir tatsächlich nicht das war echt nicht schlecht ja der war viel zu fest aber ich kann aus den wo muss man denn überhaupt hin hoch erstmal ok nein man rollt einfach da ein ah fuck aber jetzt muss ich sagen ich hab den Standardweg genommen zumindest glaube ich nicht das ist eine Alternative oder ich hab keine Alternative gefunden oh fuck das war ganz kacke ich komm da aber du musst es wesentlich fester schlagen ja ich weiß warum aus diesem Winkel nicht ne kann man kann ich da vorlegen kann ich hier hin ne kannst du nicht also ich wollte immer wieder zurück zur selben Stelle wenn ich das versuche hier sitze ich ok hier kann ich gerade geht doch gleich haha könnten wir nochmal dadurch ziehen ja täglich kriegst das immer mit ja wo muss man denn hin und jetzt sind sie wieder in diesem Loch hier ey waaah oh man ha ah das ist andersrum ok und jetzt schlagt er schon gegen fall wieder runter und am Anfang der Bahn wartet man doch die na hin ja genau so hab ich doch gesagt ich hab das auch versucht nicht mehr gekocht ja das hat er versucht wo muss ich hin zur Fahne jetzt kommt noch ein schwerer Sprung du musst halt äh ja ich bin endlich viele Schläge ich brauch 19 oh oh das war teuer das war teuer das war teuer camp Da hätt'n wir, glaub' ich, nie'n Rage-Quit gehabt, ey. Wo geht's hin? Der Bahn folgen. Oh Gott! Krass, was machst du denn? Komm schon! Oh! Ja, schau mal. Er kann schon, er braucht zwei Schläge. Der ist der letzte aber. Oh, okay. Ich will nicht anders sagen, wo das Scheiß-Ding ist. Was da da noch ein Loch ist. Ja, ist es doch. Zoom doch mal raus mit der Maustaste. Also mit dem Maustaste. Okay, jetzt wohin. Ich guck mal, was da ist. Ah, hier ist richtig. Sagte er, nachdem er wieder in den Start zurückgesetzt wurde. Okay, das war schon mal scheiße. Holy shit, das war zu doll. Wo könnte das Ding sein? Ich bin aus der Map geflogen. Ich fach gerade aus. Ah, okay, es geht. Ne, in eins würde ich sagen geht es nicht, aber du kannst in zwei schaffen. Ah, ups. Ach man, ich komm immer gegen dieses Scheiß oder... Kannst du schon wirklich noch ein bisschen besser da rumschlagen. Ich hab's mit drei geschafft. Aber mit zwei wäre möglich tatsächlich. Du spielst direkt mit dem ersten auf die rechte Bahn. Endlich mal ein Loch, was eigentlich da raushauen. Und die Kiste ist sogar ziemlich großzügig da gesetzt. Die ist nicht weit weg zum Springen. Okay, zwei Lubins hab ich geschafft. Ja, ich auch. Ich hab nicht einen geschafft. Alter, hab du das... Alter. Ich hab drei geschafft. Oh. Oh, man soll's aber jetzt nicht suchen. Hallo, Maus? Maus? Hallo, Maus? Oh Gott. Na toll. Oh. Rauszoomen. Na dann... Ah, der hat du... Nee, nee, nee. Der hat das Gefühl für die Schläge, ne? Oh, ich auch. Flipp. Hi. Mhm. Oh, Regenbogen. Ja. Ich weiß nicht, wie du meinst davon. Da hab ich kein Gefühl für die Schläge. Ja, 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 ja. Oh. Das war so viel Gefühl, dass es mich einfach aufs Loch gedreht hat. Flipp. Wohohohohohohoho. Ahem. Da hat er schon einen kleinen Trick. Ja. Das war keine so kacke... Oh, das war doch keine Kacke. Obwohl ich drei Lücken zugänglich hab. Oh nein. Das ist wieder viel zu fest. So fack. Das war zu schwach. Das war wieder zu fest. Nee. Was nicht? Ja! Aber schön, dass es schon so viele Custom-Stechen gibt. Wüsste mal. Mhm. Scheiße sind wieder hier. Finde den kürzesten Weg. Lol. Hallo, da bin ich wieder. Auf die Eisfläche unten? Ja. Ich bin da unten, ja. Ich hab's geschafft. Das ist der kürzeste Weg. Ja. Komm schon! Guck mal dran. Die natürlich offensichtlich erst aus, als wenn man rüberschlagen muss. Ich sehe hier die Lücke im Zaun. Oh, der war zu schwach. Hm. Hallo. Ja, ich weiß. Ärgerlich. Das sah halt erst aus, als wenn man geradeaus über die ganzen Rampen muss und so. Wow. Ich wurde in dem Loch drückgesetzt. Ja, natürlich. Na klar. Das ist alles normal. Das gehört zum Spiel. Ja. Ja. Oh, das ist ja auch. Fickst ja immer einringen, gell? Jetzt wären wir bis zwei Schläge. Shit. Oh, doll. Da darf man nicht doll. Oh nein, ich lieg kacke. Scheiße. Oh nein. Nicht so doll, nicht so doll. Oh shit. Er war wieder nicht doll genug. Shit. was ich bin weiter nach hinten natürlich nein der ist schief warum ist das so schief da Ich grüße die Nase. Och Mann, ey. Dadurch fliegt immer irgendwo hin. Ja, nein, ich war schon auf der mittleren Rampe und wollte wieder zurück. Wieso flicke ich wieder zurück? Das hatte ich aber auch. Oh, das war fies. Komm schon, jetzt bitte steh. Geht doch. Äh, so weiter rechts. Das Lied war gut. Ich sag nicht, wo das Problem ist. Aber es liegt nicht an mir. Das ist die linke Seite. Da ist ein Stück vom Baum, glaube ich. Nein. Nein, das ist die linke Seite. Siehst du es auch? Dadurch oder was? Nee. Nee, der Weg da hoch ist angewinkelt. Ja. Seht ihr das? Sieht mal an der Hand der A4. Ja, der Kasse. Ja, an die Nase da auch. Guck mal die Kacheln an. Der ist angewinkelt. Ich musste ein Stück nach links zielen und da halbwegs war. Ja, genau so. Das war gut. Dann geht es wieder runter. Nein. Auf die Strecke. Das hat man noch gesehen anhand der Kacheln, ey. Ja, hab ich so. Man, in dieses Spiel kann man sich echt freuen. Da kann man sich echt Freunde machen, ja. Ist das ein Drop oder ein Schlag? Ein Mitteldägen. Das ist ein Drop. Hallo, Dalu. Die ist sogar super easy. Ja, hab's in zwei. Wow. Die ist sogar einfacher als... Ich probier das aus, okay? Ist natürlich. Ich wollte über die Bande kommen, weil die Fahne ist doch richtig zonig. Ach, genau. Ich stopp's wieder perfekt. Du bist noch oder was? Hauptsache noch ein Schlag mehr bei der Hände. Du musst vorlegen, Crips. Du musst den Crips als Rampe nutzen. Okay. Schleif dich ruhig langsam an. Nicht, 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 nicht. Da liegen Augen drin, ist ja voll eklig. Ja, mal wieder. Wie geht's? Ihr habt es als Rampe, das hat er gemacht. Okay, danke fürs Zurücksetzen. Sehr gutes Spiel. Bitte. 10 aus 10, Alter. So, jetzt hör mal. Ja, das wäre mal gut. Hey, ich lieg nur noch Kassel. Zurückgesetzt, Hanna. Ja. Und warum wieder die Glanzleistung von mir? Plup. Hier übrigens wäre ich auch zurückgesetzt, oder? Eigentlich nicht. Bei mir ist das einfach so. Bei dir eventuell schon, ja. Wie kann das bis jetzt 36 sein? Sind die alle Part 2? Ja, die sind einfach so Standard-Einstellungen, Part 2. Okay. Ich hoffe, das geht. Und dann? Nee, ich hoffe, es geht überhaupt hier zu liegen. Oh, das habt ihr einen Schlag gespart. Hier wäre noch eine Abkürzung, hinter der ich auch wieder liege. Och, komm! Jeder kann das, nur ich nicht! Oh, shit! Oh nein! Scheiße! Fuck! Damit kann man arbeiten! Sehr gut, Dordor! Ich bin mit 5 reingekommen. Schwierig. Okay. Gut. Jetzt war ich zu schwach. Necke den Tiger in dir! Hallo? Ich hab doch mal voll ausgeholt. Jetzt mach doch! Das kann doch nicht sein. Ärmchen zu schwach heute, das gibt doch nicht. Das geht wieder nicht. Meine Maus will wieder nicht mitspielen. Das gibt doch nicht. Oh Gott! Die macht wieder, was sie will. Ja. Der war gut. Na doch! Neun Schläge musst du vielleicht... Hm. Hä, was? Okay. Wir müssen wieder dagegen und dann zurück. Nee, oder vor den Slug. Nee. Ich nehm den. Oh, komm! Was? Ich ne hier oben? Oh, wie gemein! Ich hab' einen Schaden! Nein, der Anno läuft nicht! No! Dann nehme ich das andere. Lachen! Hat gezählt. Nö. Was? Das stimmt! Warte doch! Alter, ich hätt' ja mal wieder... Nix sagen wollen. Nö. Das war komplett falsch. Das war... Oh, bin ich nicht weg. Ähm. Ach, die linke Seite. Oh, 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 oh. Naja, ein bisschen zu weit. Ich bin einfach direkt hier oben gelandet. Oh, nein. Ja, ich jetzt aber auch. Was ist denn? Was da? Kann man da auch? Nein. Oh, Leute! Da hab ich gemerkt. Jetzt gib doch mal Gummi, du scheiß Ball! Ach, Mann. Hä? Ist sogar Hole-in-One möglich. Wenn du direkt, äh... Kannst direkt in das Loch oben fallen. Hä? Wie wurdest du denn zurückgesetzt dadurch? Ich... Ich springe... Ja, okay, jetzt. Läuft. Hä? Was? Keine Ahnung, was uns wieder war eben. Hier ist Rick. Oh, nice. Oh, das war nicht schlecht. Ich komme auch. Ja, bin drauf. Ich auch. Oh, shit. Oh, nein. Oh, ich bin viel zu weit. Ist da links das Loch, oder was? Nein. Das war zu weit. Ey, ich lieg gut. Ich bin zufrieden mit meinen Schlägen. Äh, ja. Damit kann man arbeiten. Das... Oh, ich bin richtig zufrieden, ey. Nein. Nein. Ich hab das einfach mehr drauf. Ich hab das einfach mehr drauf. Jetzt war ich die stark. Och, ja, genau. Aha. Na ja, immerhin aufbewahren. Alles Mist. So. Oh, Gottchen. Aber da wär der Hole in Bonn theoretisch möglich gewesen. Wenn du noch ein bisschen weiter nach rechts geschlagen hättest, wärst du auch zu diesem anderen Loch. Ja, okay. Wenn du direkt auf diese Plattform... Äh, ich bin dazwischen die linke Bahn und das linke Loch gefallen. Mist. Hier. Gucken wir in die Grobmotoriker. Hey. Hm. Crab schlägt noch ein paar Mal ab. Dafür kann ich den Tisch bauen noch. 15 hab ich gebraucht. Und jetzt zu kurz. Crab tritt noch durch, ey. Da hat er jetzt wirklich gut zurückgesetzt. Ja. Da kommt gleich ne richtig schwere Bahn. Ja, ja. Ich seh da seit... Ja, das sieht super aus. Aber ich hab gleich nen Tisch gemacht. Okay. Da bleibst du nicht drauf liegen auf dem Weg. Du musst schon... Ich geh mal hier lang. All in one. Das hab ich auch. Das hatte ich von Anfang an vor. Ich wollte nur warten, bis alle geschlagen haben. Und du. Auf dem Holzweg. Du Ardash ist richtig auf dem Holzweg. Aber sowas von. Ich hab das von Anfang an vorgehabt. Und wollte alle schlagen lassen. Bist ein Arschloch bist du, ey. Oh. Über den Holzweg will ich ja nicht gehen. Auch über den Eisweg. Der Einzel geht ja sogar noch. Da rechts ist sogar so ein Brett, was dir hilft. Nein, da ist kein Brett. Nein, da ist kein Brett. Tadosh ist auf dem Holzweg und Krabs hat ein Brett vorm Korb. Das hab ich versucht. Okay, ich nehm den Weg. Ich dachte, man hüpft da so lang. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wo ihr lang seid. Direkt einfach. Hinter uns. Direkt einfach. Okay. Okay, hier ist viel Action. Mhm. Wahrscheinlich da drüber, dann um die Ecke. Dann abbouncen. Dann links lang. Und dann ist man hole in one. Oder auch nicht. Ist das richtige Bahn? Ja, gut. Oder? Bin ich? Ja, man hätte abschlagen sollen. Oh shit, ganz knapp. Bei Darish war es sogar kurz schon, das ist der Sound. Oh. Oh. Bin drin. Bin hier gerade aus Subaru drauf? Frag ich dir nicht. Du musst deinen Holzweg nehmen. Oh. Komm schon, fall da runter. Jetzt mach schon. Okay. Geht doch. Was? Wieso? Ich werde bei dir im Loch zurückgesetzt. Ja und da liegt er auf der Kante und da passiert nichts. War eindeutig Play Area. Der Seestern dreht sich. Wie geil. Oh nein. Wie kann man nur so unlucky sein. Oh nee. Oh, das Schlafverwirr. Das? Das? Bleib stehen doch. Was war das? Der zweite. Ja, okay. Ah. Du. Oh, komm. Krabs fliegt perfekt bis rüber auf die Kante vom Loch und aus der Bahn raus. Der Besen, der sich da auf der Bahn nimmt, das ist so ein Messer. Oh ja. Das ist der fliegende Besen. Oh, ich klicke so scheiße. Das gibt's gar nicht. Ach, komm. Komm. Ja, nee. Musst du dir hier uns vorlegen. Muss ich nicht. Komm schon, Besen. Gib's mir. Ja. Schlag mich härter. Ich weiß. Es ist glaube ich wirklich doch das Hackebeil. Das Hackebeil. Also die oberste Spitze von dem Hackebeil. So. Ich dachte, es könnte mich ins Loch schießen. Das wäre cool gewesen. Hey. Das ist ein super Spiel, ja. Links oder rechts? Links oder rechts? Reiß auf die Rampe. Okay. Jawoll! Guten Tag. Und tschüss. Das kann nicht so schwer sein. Oh. Das auch. Ich hätte fast ein Hole in One-artiges gehabt, aber nur fast. Also Hole in One ist möglich. Ist los da, aber schlappt nicht. Ja doch. Finde ich gut. Was? Was? Ich will mir die Kante mal, die mich dann nach rechts abspringen lässt. Na ja doch. Sieben Schläge schon. Jawoll. Ich bin gar nicht so weit mit Dara schon auseinander gekommen. Zäh ich mal. Zwei Schläge. So. Das war, ähm. Die Map findet den kürzesten Weg. Und so hieß die. Fand ich auch wieder ganz nice. Wie gesagt, ich werde vorschlagen, dass man da vielleicht zurücksetzen kann, ohne Strafschläge vorzuschlagen. Und wenn ihr euch in den Fall gerne liked, lasst uns auf einmal vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann und ciao. Tschüssi.